Was ist die Bedeutung in der Strategie von Computer Center mit dem Thema Mobility oder Mobile Enterprise, wie Sie es genannt haben, ist sehr hoch. Und sie wird immer wichtiger, weil die IT ist heute schon mobil, es gibt kaum noch Desktops und wir müssen hier oder wir wollen auch unsere Kunden mit unseren Leistungen natürlich unterstützen, damit sie diese Innovationen von den Herstellern auch wirklich nutzen können in ihren Geschäftsprozessen. Wir fahren also einen ganzheitlichen Ansatz, das heißt von der Beratung, von der Strategieberatung helfen wir den Kunden auch die Konzeption durchzuführen, wie so eine Infrastruktur aufgebaut wird, worauf man achten muss. Wir machen die Implementierung selber, begleiten ihn auch entsprechend bei App-Entwicklungen, helfen dabei das Rollout-Geschäft umzusetzen, Geräte zu betanken, helfen den Kunden oder unterstützen den Kunden auch in den Betriebsservices wie Maintenance Support und eben auch den eigentlichen Betrieb. Also von vorne bis hinten alle wichtigen Elemente, die man braucht, um diese Infrastruktur im Geschäftsleben zu nutzen, kommt aus unserem eigenen Haus mit eigenen Menschen und das ist uns auch wichtig. Das ist erstmal jahrelange Erfahrung in der IT-Branche, Kenntnisse über die Kundeninfrastrukturen, die sehr unterschiedlich sein können und eben eine Spezialisierung auf das Thema Mobility. Und die Kollegen, die sich da spezialisiert haben, haben ein Fundus von 500 weiteren Consultants in unterschiedlichen IT-Kernkompetenzen, die dann bei den Kundenprojekten auch wirklich umfänglich dieses Thema installieren können und auch begleiten können, um die Lösungen bei den Kunden auch wirklich zu erreichen. Die Hersteller bringen ja Innovationen in die Produkte und wir sind derjenige, der mit unseren Leistungen diese Hersteller Innovationen dann für den Kunden auch zugänglich macht und für den Kunden dann auch wirklich erstmal Mehrwert bringt. Diese Produkte alleine helfen ja nicht, die Innovationen im täglichen Leben umzusetzen, sondern erst mit der richtigen Integration, mit den richtigen Betriebsleistungen, die danach auch dazugehören, mit den richtigen Applikationen kann dann auch der Fachbereich das Ziel erreichen, was er sich gesteckt hat.